Musik Einen angenehmen Montagabend. Knapp 20 Grad waren das heute in den südlichen Landesteilen, hingegen im Rest Österreichs nur 10 bis 15 Grad. Ziemlich unterkühlt. Schauen wir uns die Großwetterlage an. Was tut sich? Immer noch Tiefdruckeinfluss und eine kalte, sowie auch feuchte Nordwestströmung, die auch noch kräftigen Wind mit sich bringt. Von Westen her beginnt allerdings langsam der Luftdruck zu steigen. Schauen wir uns das Wetter für den morgigen Tag an. Und da sieht man, dass von Salzburg östlich die Wolkendecke morgen eine ziemlich geschlossene sein wird. Immer wieder kommen mit lebhaften West-Nordwest-Wind. Regenschauer herein, die punktuell auch heftig sein können. Sonnige Phasen gibt es im Süden Österreichs und auch im äußersten Westen. Relativ kühl, die Morgenstunden nämlich nur 1 bis 9 Grad. Tagsüber wird es im Süden wieder deutlich wärmer als im Rest Österreichs. Hier bis zu 18 Grad, sonst 8 bis 14 Grad. Also relativ frisch. Das Wetter beginnt sich allerdings zu beruhigen. Ab Mittwoch hört dann der Regen auf. Der Wind wird allmählich schwächer. Die Sonne setzt sich nach und nach mehr durch. Aber die Temperaturen bleiben noch gedämpft. Bei 14 bis 16 Grad. Am Donnerstag dann schon bis zu 17 Grad. Und schauen wir uns noch schnell den 15-Tage-Trend an. Und da kann man sehen, dass diese unterkühlte Wetterphase bis zum Freitag andauert. Danach gehen die Temperaturen zwar nach oben, aber Sie sehen, der graue Bereich geht extrem weit auseinander. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Spätsommer oder Frühherbst. Schönen Abend.